Es geht um Wahrheit. Hui! Äh... Es geht um Wahrheit. Wahrer kann dieser Moment gar nicht sein. Hä? Gibt es Wahrheit? Was? Eine Wahrheit ist aus meiner Perspektive nicht unbedingt deine Wahrheit. Der politische Gegner, gegen den ich jetzt argumentiere, könnte aber auch Recht haben. Und Wahrheit ist etwas, was heil ist. In diese Art Wahrheit, sag ich mal, ganz krass werde ich geführt. Wie so ein Videospiel, wie bei der Truman Show. Dass sowas dann bei uns allen ist. Und diese Komplexität ist für mich gut.